ja ein wunderschönen guten morgen leute da ist das bärbelchen noch sehr müde ja wir sind gestern abend wann sind wir losgefahren 18 uhr 17 uhr 30 sind wir gestern losgefahren nicht 18 uhr 17 uhr 30 und sind noch 700 kilometer ungefähr gefahren wir stehen jetzt hier auf so einer kleinen insel bei dänemark ist klein so klein ist die grund ich werde das gleich mal einblenden und ja werden jetzt erst mal aufstehen und dann noch mal ein stück fahren ein klo suchen und frühstück machen ja wir haben uns hier auf so ein kleines feldchen gestellt sind wir gestern abend erst mal in graben reingefahren zum glück wieder raus gekommen und ja halt ein stück von der autobahn runter dass es nicht so laut ist zum schlafen übelst warm ist es wir haben hier acht bis zehn grad gehabt und wind also mussten nicht mal die standheizung an machen sehr sehr stürmisch aber das fetzt weil die windgeräusche die um das auto rundherum wehen die sind einfach nur grandios bärbel dann wackelt das auto immer so leicht dass wie wenn man so ein kind in der wiege in schlaf wie naja dann schälen wir uns mal aus unserem bett hier ist auch krass wir sind jetzt ja 700 kilometer weiter nördlich circa und hier wird schon fast eine stunde später hell und fast eine stunde eher dunkel wie bei uns in deutschland also da sieht man schon wie sich das nach oben hin verschiebt unglaublich so dann fahren wir mal ein stück weiter ja das war unser platz und wie ihr hört es ist extrem windig und ungemütlich aber zeit das winter wird kann nicht mehr lange dauern ich finde das schön ich kann den ganzen tag fahren du bärbel den ganzen tag mit fahren jetzt kann doch schlafen aber zu einem herrlichen weihnachtsbaum auf dem armadronbrett macht das ganze noch gleich viel mehr spaß der leuchtet auch so schön im dunkeln herrlich so wir fahren jetzt über eine ziemlich große brücke gleich hier die ist zähl mal aus bärbel wie groß war die brücke circa 18 kilometer lang das ist die verbindung zwischen zwei dänischen inseln über den großen welt aha und wo ist dann noch mal die bezahlung jetzt hier weil ich sehe gar keine mautstelle das werden wir aber schon gleich sehen ja auch so ähnlich sieht voll schön aus toll auch wenn das wetter heute nicht so schön ist da müssen wir schön da ja 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 jetzt ja ja Da müssen wir jetzt noch mal hier bei Blau und Rot. Bei Blau. Bei Blau. Also Reichszeiten. Mach Gas weg, nehmt vielleicht, ne? Ja, die Röne Gliede. Wir haben ja hier American Express für Arme von DKB. Mach hin. Ja, mach hin. 42 Kronen. Was soll er wissen? Es dreht. Ah, keine Pinn? Schön. Gibt ganz ausmachende Scherbel. Bloß gut, dass wir hoch in den Norden fahren. Wenn ich mir das angucke, wir haben hier 11 Grad. Also das geht ja gar nicht. Das Ende Dezember. Super, jetzt erzählen wir unseren verehrten Zuschauern, wo wir jetzt gerade hier drüber fahren. Wir fahren über die Öresundbrücke. Die längste Schrägseilbrücke der Welt. Längste Schrägseilbrücke der Welt. Ja. Ist aber jetzt, ich glaube, acht, neun Kilometer lang ist sie, glaube ich. Acht, neun Kilometer, war die andere ja länger, ne? Ja, wesentlich. Ah, okay. Und was kostet die jetzt? 50 Euro eine Fahrt. 50 Euro eine Fahrt. Ja, genau. Genau. So, wir machen jetzt erstmal lecker Frühstück hier. Und während ich meinen leckeren Kakao genieße, macht die Bärbel lecker Frühstück. Und zwar gibt es heute zum Frühstück Avocado Salat und Brot. Guacamole. Guacamole heißt das. Ach, Guacamole. Und ja, wir haben wieder das Brotmesser vergessen, aber wir sind ja mittlerweile geübt. Und das klappt hervorragend. Cari ist auch schon ganz aufgeregt. Immer wenn es ums Essen geht, ne Schnecke? So, ganz dickere Schnippen. Na ja. Was das da wohl heißt? Ob das bedeutet, dass es verboten ist den Mülleimer anzuzünden? Kann man sich fast gar nicht vorstellen. Na ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind jetzt gut hier auf einem Parkplatz angekommen. Also wir haben echt Glück mit dem Wetter. Ist ja relativ warm zur Zeit. Wieso auch immer. Aber es gibt ja keinen Klimawandel, nein. Wir sind jetzt heute nochmal 1000 Kilometer gefahren. 1100 circa. Gestern 700 abends noch. Das heißt, wir haben jetzt schon über die Hälfte bis zum Nordkap weg. Und ja, wie wunderbar. Ach, die Bärbel kommt gerade wieder. Ja, erzähl mal, wie warst du auf dem Klo? Spannend. 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 Aber es gibt wenigstens eins. Spannend wäre es ja nicht beschwert. Hier machen wir gerade noch einen kleinen Abendsnack. Ein bisschen Fingerfood. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wieso stehen wir hier an der falschen Stelle? Bitte? Wieso stehen wir an der falschen Stelle? Das geht so nicht. Das ist ja Ausnahmezustand, deswegen dürfen die Schuhe auch mal an einer anderen Stelle stehen. Ach. Ja. Außerdem bin ich hier der Commander. Das heißt, wenn ich die Schuhe da hinstelle, ist das okay. Was auch. Ja, ja. Nehmen wir das mal so hin. Na Bärbel, was sagst du? Wie sind wir durchgekommen bis jetzt? Na, vorrangig. Kaum anzunehmen. Ja. Dir liegt da auch sogar Schnee, ne? Ja. Da war dein griechisch-römisch Körper. Mach die Krippe an uns hier. Da liegt sogar ein bisschen Schnee draußen. Aber das werden wir morgen früh dann mal ein bisschen weiter sehen. Du willst es rein hier, ne? Ja, nett. Guck mal, ich habe schon das Bettchen aufgebaut nur für dich. Ja. Schön, oder? Na ja, wir lassen uns jetzt unser Abendbrot schmecken und dann melden wir uns morgen früh wieder. Bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind ja gestern Abend hier im Dunkeln angekommen. Und haben ja nicht wirklich gesehen, wo wir stehen. Und ich mache gerade hier den Vorhang rüber. Oh, guckt euch das mal an. Und da stehen wir hier an einem See mit ein paar Bäumen und da hinten geht gerade die Sonne auf. Ich könnte da stundenlang zugucken, auch wie dieses Sonnenlicht von unten sich an den Wolken reflektiert. Das kommt natürlich nur auf meiner beschissenen Kamera gar nicht so schön rüber, wie es in echt aussieht. Absolut spitze. Und es wird auch gerade kälter hier. Das sind jetzt schon minus drei, eine minus vier Grad. Und es sollen über den Tag minus acht werden. Ich bin da überlegen, ob ich hier mal die Drohne fix hoch schicke. Muss ich auch mal ausprobiert werden, ob die bei der Kälte funktioniert. Auf jeden Fall sollte mal die Akkus gut froh werden. Na ja. Einen wunderschönen guten Morgen Leute. Ja, heute ist schon ein bisschen kühler jetzt hier. Und ja, wie ihr seht, wir haben eigentlich einen wunderschönen Schlafplatz für die Nacht gehabt. Es gibt so ein paar Bäume und an einem See, der zugefroren ist. Und da hinten geht wunderschön die Sonne auf und es spiegelt sich rot an den Wolken wieder. Also einfach nur herrlich. Überall dämmert das so ein bisschen spitzenmäßig. Gefällt mir. So, dann wollen wir mal die Drohne hoch schicken. Die Thea, die macht sich gerade frisch. Die guckt sich ja die Toiletten mal an und es soll auch eine Dusche und sowas geben. Aber, ja. Schlau wie ich bin, habe ich uns natürlich hier auf eine Eisplatte abgestellt, die natürlich abschüssig ist Richtung See. Wird bestimmt ein Spaß, hier wieder rauszukommen. Na ja. Ansonsten muss Thea. N. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also man kann eigentlich gar nicht meckern. Wir kommen hier richtig gut voran. Also die Straßen sind spitzenmäßig ausgebaut, zumindest bis hierher. Und auch frei. Also ist natürlich auch ein bisschen eine Glückssache mit dem Wetter, aber wenn es so ist wie jetzt, kommt man problemlos durch. Man könnte hier problemlos 110 fahren, 120 fahren, je nachdem was gerade freigegeben ist. Meistens ist es so 110. Und wir fahren jetzt immer so um die 100 bis 110. Ist sehr, sehr angenehm. Und wir haben noch, wenn man da unten rechts schaut, 1489 km bis zum Nordkapp, also bis zum nordlichsten Pusherdorf. Ist nicht mehr weit. Ja, schon sieht man, dass wir ein Problem haben, wenn wir kein Allrad haben. Ich wollte hier nur mal ein Stück rechts anhalten, dass wir was essen können. Und jetzt stecken wir hier fast und kommt nicht mehr raus. Na ja, jetzt werden wir mal ein bisschen hier ein paar Äste versuchen, das Rad zu legen. Irgendwie mal gucken, ob das was bringt. Ja, die beiden netten Menschen da vorne, die haben uns gerade rausgeschoben hier. Jetzt kann es weitergehen. Ja, man ist Kraft. Ja, man ist Kraft. Ja, man ist Kraft. Juhu, wir haben zweistellige Minus-Temperaturen. Geil. Gestern plus 12 und heute jetzt schon minus 10. Nicht schlecht. Ja, Leute, ist zwar traurig, aber die Gefahr ist allgegenwärtig hier. Da hat vorhin gerade eh noch so, wie es aussieht, das arme Rentier umgenüschelt. Na ja, ich wollte nur noch mal gucken, ob es noch wirklich tot ist. Nicht, dass das hier noch Hilfe braucht oder so, aber es sieht nicht so aus, als ob es noch atmet. Das arme Tier ist jetzt im Tierhimmel. Ruhe und Frieden. Leute, und ihr glaubt's nicht. Das sieht man leider wahrscheinlich nicht. Hier ist die ganze Straße voller Rentieren. Die haben aber alle Hals beim Lachen. Guck mal, die kämpfen. Geh jetzt runter von der Straße. Die kämpfen das jetzt. Du kommst im Dunkeln angebrettert. Du kommst im Dunkeln angebrettert und die ganze Straße ist voller Rentieren. Vor allem, die denken auch nicht mal dran rüber zu gehen. Da geh ich fester. Das ist aber irgendwie eine wachende Herde. Die haben alle Glocken. Ja, ja, und das war auch eins mit dem Halsband von vorne da. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, die grün sind deine Blätter. Hat der Blätter überhaupt oder Nadel? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, da muss man sich bestimmt mal über die Geschichte, die das informieren. Aha. Na ja, wir machen jetzt auf jeden Fall Bescherungen hier. Es ist ja heute Heiligabend. Die lieben Eltern von der kleinen Thea haben ja ein paar Geschenke eingepackt. Und von der Tina auch. Nein, uns haben die Geschenke eingepackt, nicht dir. Uns, ja, ja, uns. Und die Thea wird die jetzt auspacken. Ja. Der Scherung. Wie ein Wespaket aufgerobbt, das Ding. Socken. Oh, sehr gut. Ich glaube, das sind deine. Handgestrickt. Oh ja, die Farbe gefällt mir. Ich glaube, das ist und er meine. Dann musst du das auspacken. Du musst auspacken. Socken. Oh, die sind meine. Oh, die sind schön. Die haben wir gerade gut gebraucht. Die werden wir dann gleich anziehen. Das ist nämlich schön kalt gerade. Minus elf Grad. Kann man es uns schön machen. Eine Wachskatze aus. Oh. Ich wollte gerade sagen, die brennen wir gleich an, aber das wäre ungünstig, wenn sie mit Batterien sind. Da ist so ein Sicherheitsteil drin, das musst du dann noch rausziehen. Das machen wir dann gleich. Ja, wenn die Wachskatze drin ist. Haha. Ist die wie leer. Was kommt da rein? R6? Zweimal Arm. Die habe ich sogar mit. Glaubst du das? Na Gott sei Dank. Ah, endlich schöne warme Socken hier. Ach, ein Traum, ein Träumchen. Handgestrickt von der lieben Rikke. Dankeschön. Geben wir mal davon aus. So Leute, wir machen uns jetzt noch unser Abendbrot fertig. Unser Weihnachtsbrot. Genau, da gehen wir die Haier. Wir haben jetzt noch ungefähr 900 Kilometer übrig. Genau. Und die könnten wir theoretisch morgen machen, wären wir aber nicht. Und wir melden uns dann morgen früh wieder. Wünschen euch schöne Weihnachten. Und dann bis bald. Tschüssi.